Bevor du das Burgverlies erreichst, Spyro, möchtest du vielleicht wissen, wie Rybda und seine Monster nach Avala kamen. Weißt du, letzte Woche in der Wintertundra hat der Professor an einer neuen Superportal-Technologie gearbeitet. So, das ist die letzte Kugel. Mal sehen, wir brauchen nur noch Koordinaten. Ja? Wie wär's mit 2, 2, 4, 7, 5? Mein Geburtstag. Nein, Jäger, nicht! Was? Warum könnt ihr denn nicht... Alter!